wer ist das jetzt bin ich das oder okay einer von uns beiden aber ich bin der bus ja ich bin der bus also die ganz normalen sachen hier wie beim fußball weil hier die dicktaste ist bewegen kommt bewegen hier so also legen okay ich steig mal aus aber das ist das jetzt auch bei mir also ich bin jetzt auch draußen soll ich kann mal hoch ich hau dir mal ein paar aufs maul du musst auf die eck drücken wenn man die ganze vier eck drücken immer vier immer zurück das immer zurück da auf dem gelben punkt da waren wir das mit viereck drücken auf die eck ok da kann es mir bestimmt jetzt hoch winken da oben bist du guck ich sehe dich ich habe ja schon jetzt habe ich das aber hier warte mal bei mir auch doppelt hier war immer die andere fernbedienung was soll ich ihm sagen bleibt stark oder einfach ist es mir scheißegal dass mit der ist ach komm ich bin ich bin kollegialer typ na also du weißt ja ja schön seit bei dir auf doppelt dann müssen ein bisschen leiser machen noch ein bisschen leiser ganze eigenen kopfhörer nur rein tun ins ohr dann brauchst du nicht so laut ich habe auch nur ein kopfhörer um ohr ich kann jetzt hier ich schließe jetzt erst mal freundschaft mit allen du kannst du bist auch irgendjemand an quatschen geht doch mal auf die handelbank dann auch noch ein bisschen rum du kommst da nicht raus glaube ich oder kannst du da raus da war dann vier ich muss mal gucken auf das vier wasser ist da wenn man das im viereck muss ich mal umdrehen werde ich mal mit der tricktaste drehe ich mal mit der tricktaste drehen mal die tricktaste las die tricktaste drehen 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 da guck guck du kannst du der tricktaste kann sich umdrehen so jetzt bist du da wirklich mal vier kürt mal hinten sitzt einer der will bestimmt mit ihr quatschen und da ist ich gehe mal heilige scheiße ist echt übel jetzt habe ich hier habe ich einen gefunden der war wie du ja es ist so schlimm hier ich mache hier den sozialarbeiter ich merke das schon muss sich beruhigen siehst du das haben wir dir auch immer gesagt las beruhig dich er kann nicht anders er hat jetzt gleich irgendwo das tuch hier was da was ich im hals legt jetzt muss ich auch noch ja werde ich jetzt hier durchgesucht muss ich jetzt sehr husten und so geht das jetzt auch hier haben wir das alles dabei hier ich will mal hier raus hier kann man hier rein hüpfen was ich las also hast du den leuten auch gesagt oder müssen wir da weg bist du jetzt wieder raus hallo kannst du mich da jetzt verlassen oder also ich höre dann bei dir den sound daher du bist noch da jetzt bitte jetzt macht er weder der wissenschaft daraus habe ich jetzt eigentlich alles erfüllt ich weiß es gar nicht also ein bruder aber interessant dass er hier mit allem quatschen kann und nicht einfach sagt ihr geh weg weil sie geht zu deiner rasse kannst du noch ein bisschen leiser machen kleines bisschen jetzt werde ich jetzt werde ich durchsucht ja jetzt mache ich mich nackig durch das eigentlich auch in live vorführen wir werden die idee also wenn ich mich jetzt hier live auch gerade ein bisschen nackig mache oder ich mache einfach das was mein charakter da macht oder das finde ich eigentlich am besten eigentlich müsstest du jetzt auch noch mit da kannst du schlagen ich bin nackig ich bin nackig guck bei mir das ist ja mein ebenbild hier so sehe ich auch aus du stehst da ganz entspannende natur weiß ich muss ja leiden also darf ich ja noch was kommentieren reicht das nicht langsam ach nee kommen von vorne noch oder einmal umdrehen jetzt geht's auf die eier ich werde brüche unten ja also auch gut bestückt aber es wollte schon sagen ich wollte ja noch irgendwas jetzt jetzt wird es aber hier ok warum werde ich jetzt so groß und du so klein aber ich bin hier der hauptpart ich komme ich komme jetzt hier was ich komme jetzt rein schuldig jetzt auch jetzt geht's sein gefängnis jungen hat er kurz mal erklärt wie das jetzt läuft hier man dürfen wir besucher empfangen fragt ihr einer ja genau das war auch deine erste frage oder das ist genau das der erste sieht aus wie ich weiß der erste der reihe das ist so mein figurchen soll ich mal stehen bleiben was immer was passiert er hat gesagt go 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 da haben wir stehen hier in der tür ich kann gar nicht in der tür stehen kommen die laufen einfach an mir vorbei ich will jetzt erst mal ins loch ich will jetzt erst mal ins loch was passiert wenn ich in die andere richtung gehe okay das will er nicht okay das lässt er nicht so ich werde jetzt einfach die sachen auf dem boden und dann nehme ich ihn einfach mal von hinten schön gemütlich weiß ein bisschen schmusen oder das wäre eigentlich der richtige zeitpunkt oder erst mal freunde suchen so war das aber ja auch oder erst mal ein fleischschwanz sandwich machen hier ja sind meine kabine bin ich wieder am letzten loch oder was ist mit ihm hier also wieder ein freund gefunden oder was es könnte auch wieder einer deiner mitarbeiter sein oder ganz übrigens auch jetzt mit der tricktaste drehen da ganze ihnen besser so angucken und so nach der ganze das so ein bisschen hin und her was da kannst du machen und muss jetzt sind muss hoch oder was ich komme jetzt wir sehen uns gleich glaube ich jetzt erste stock hoch weiße stockwerk okay ich darf hier auch nicht hin muss noch ein zuhörer das wurde ich denn wieder ja auch nicht oder auch hier jetzt habe ich meine wohnung gefunden ich habe eine einzelzelle ja wohnst du wohnst neben mir ach so kommen wir drüber naja dann bin ich besser ja guck das ist deine villa die villa las sieht aus wie bei dir zu hause hat sich nicht viel getan hat sich ja nicht viel getan hat er schön die gesicht die jahre vom kopf da kommt der zwischen gleich ich komme jetzt gleich dazwischen ich komme gleich mit einem flugkopfball komme ich da rein da will ich mal mit dir reden sie ist da jetzt kriegst du erstmal passen ich zwar zwischen die zähne kommt die übergewaltigung endlich das ist es endet nie las ich komme oder was ich sitze hier noch ich kann ja auch ein bisschen auf der bank sitzen wo bist du denn jetzt bist du schon hier aber ich sitze da hinten oder nicht denn du bist wo bist du denn okay hier interessante punkte in der nähe ich kann mir mal mit allen quatschen hörst du das aber jetzt habe ich hier einen der so einen esoterischen eine stimme da ist eine stimme kannst du sie hören das ist natürlich da bist du natürlich dabei und was sagt die stimme ich will wissen was die stimme sagt erzähl mal was die stimme hier erzählt warum zum arzt gehen das ist doch schön jetzt aber jetzt kann ich mich hier entsetzen ich bin nur am sitzen das ist ja wie auf der arbeit meine fris hier ich kann ja jetzt jetzt mache ich das was ich auch hier da guck mich an also ich muss tippen 1 2 3 4 das ist wie auf der arbeit ich komme noch habe ich jetzt schon muskeln gewachsen ich dachte jetzt kommt ihr jetzt platz mir gerade so laufen was sind laufen muss ich weg laufen ach so ich muss einfach nur laufen was ist hier kann ich ja auch noch jetzt ist ja wie beim hambüchen hier ist ja ein turnpark hier das ist ja gleich noch ein trampolin da hüpfe ich noch ein bisschen in die höhe und runter aber schon wieder 7 das kannst du auch gleich meine muss daher muss da unten bin ich bin am arbeiten lassen kann jetzt ich kann mir helfen ich bin noch am trainieren gleich wie auf der arbeit der 13 ob da du stirbst jetzt weiß ich helfe dir mal hier kann ich hier direkt hoch ich komme nicht hier hoch oder kann ich hier drüber hüpfen war ich komme nicht warte las ich bin im eiltempo unterwegs ist aber auch der rente aber auch nicht hier ach jetzt kann ich so kann ich rennen ich komme ich komme ich bin im rennen geht aus dem weg jungs aber wir gucken nur zu ich gucke nur zu ich bin auch eher eine zuschauer ich hätte ja geholfen aber ich darf nicht stehen da alle im weg doch jetzt muss er was machen ja doch du kannst jetzt was du musst jetzt aufpassen jetzt muss ich mit rein jetzt werde ich mir das eigentlich müssen alle nur wegen der was jetzt also los hier weil sie mit dir ja ich muss ich muss jetzt wieder oben oder was jetzt muss auch die tasten achten hier zuschlagen zack zuschlagen zack ich habe gerade noch so gekonnt hat okay muss ja auch passen die tassen hat er jetzt zuschlagen x4 das wirst du jetzt na und jetzt jetzt ja gut sehr gut und jetzt ja ja okay so 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 das ist natürlich kontern schlusslagen zuschlagen 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 denkt dann denkt man jetzt schon wieder kontern warte jetzt kommt wieder kontern ja sehr gut es ist halt es ist ja der klitschko macht comeback aller er kann kommen wie er will oder ja gar keine schon sehr gut da ist aber und dann bis aber auch hier bis aber im modus hier aber uns kurz mal erklärt das war's hier so läuft das in amerika übrigens das war's jetzt ja jetzt kurz mehr erklären hier einfach wieder gehen das war's das dem was erledigt ich dachte ich bin jetzt eine also ja ich bin ich jetzt einen schoß unter das nicht ja gut wie gesagt das hatte ich eigentlich auch nicht vor ich wollte eigentlich auch nur zuschauen ich war eigentlich starben am stehen ich hatte jetzt nicht wohl mitzumachen